Herzlich willkommen zum Litcast mit Lea und Lennart. Immer dieses gespannte Warten am Anfang, dass die Musik vorbei ist. Wer bricht das Schweigen? Ja, wir haben uns jetzt schon ganz lange nicht mehr gehört, die Zeit aber ganz gut genutzt, um auf jeden Fall oft ins Kino zu gehen. Ja, und vor allem auch mal wieder was zu lesen, Lennart. Ja, endlich mal wieder, genau. Hast du sonst noch irgendwas im Literaturbereich im weitesten Sinne an Veranstaltungen erlebt in den vergangenen Wochen? Ja, tatsächlich. Da hast du gut aufgepasst. Ich war nämlich bei der Lesung von Julia Becker zu ihrem Buch Das Leben ist eins der härtesten. Und das war in Köln, in Gloria. Das war perfekte Location sozusagen. Es war rappellvoll und ja, Julia Becker hat einfach ein bisschen gelesen und so geile Storys aus ihrem Leben erzählt. Und ich musste echt so lachen. Also einer meiner Lieblingsstorys ist, als sie irgendwie elf, zwölf Jahre alt war, vielleicht auch 13, 14, ich, keine Ahnung. Da war sie so ein Mega-Fan von Broses und vor allem von Giovanni. Und die hat denen dann irgendwie nachgelauert am Hotel und da standen dann noch zig andere Leute. Und in dem Moment hat Giovanni sein Fenster geöffnet, seine Unterhose rausgeworfen. Julia Becker hat diese Unterhose gefangen und brüderlich und schwesterlich mit den Leuten geteilt. Und sie hat ihr eigenes Stück Unterhose an einer Kette getragen. Also das nenne ich mal Commitment. Das ist fantastisch, ja. Schon eine ziemlich gute Story. Ich habe keine Unterhose von einem Promi. Nee, ich leider auch nicht. Aber ich habe mir gesagt, okay, kann ich nachvollziehen, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich die Unterhose von Adam Driver hätte. Oh Gott, nee, da würdest du auf jeden Fall erstmal umkippen. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich erst kotzen, dann würde ich umfallen und dann müsste man mich erstmal zurückgezweigen wollen. Und dann würdest du ein bisschen zu oft daran riechen, glaube ich. Also so, dass es unangenehm auffallen würde. Ja, genau. Es ist richtig unangenehm für alle Menschen um mich herum. Sehr wahrscheinlich. Auch wenn du es als Kette hättest, dann immer zu den Bayern. Ja, immer so heimlich schnüffeln. Ja, genau. Ja. Ja, die Lesung war auf jeden Fall total cool. Also vielen Dank auch nochmal an den Rowold Verlag für die Einladung zu der Lesung. Und das Buch habe ich noch nicht fertig gelesen. Ich habe angefangen und bisher finde ich es grandios. Und ich finde, man kann auch gar nicht so richtig erklären, worum es da geht, weil halt so viele Figuren drin auftauchen. Ich weiß nicht, wie viel du von dem Buch schon weißt. Ich weiß nur, dass es irgendwie um eine junge Frau geht, die den hier diesen, wie heißt das, Notdings in der Bahn zieht. Genau. Und dadurch irgendwie verschuldet ist und dann wie soziale Stunden ableisten muss oder was ist irgendwie… Ja, genau. In der Bahnhofsmission muss sie dann irgendwie ziemlich lange die Stunden abarbeiten, weil das halt ultra teuer ist. Und es geht so um sie und diesen ganzen Dunstkreis um sie herum. Es ist total skurril und super absurd. Also wenn man so Geschichten mag, die so voll abgedreht sind, dann ist das ein krasser Buchtipp. Okay. Ja, es ist auch nicht so lang, glaube ich, wie 200 Seiten oder so. Nee, es ist Hasse in einer Session theoretisch durch, wenn du dich halt hinsetzt. Ja, ich war an dem Tag, wo ich eigentlich auch nämlich zu dieser Lesung, ich glaube, es war der 25., oder? Mai, kann das sein? Ja, kann sein. Weiß ich auch nicht auswendig. Ich meine nämlich, dass… Es war mal. Weil, ja, damals. Ja, weil, weil nämlich auch Tag des Journalismus, das ist ja im weitesten Sinne auch literarisch. Ich meine, Journalismus beschäftigt sich auch mit dem geschriebenen Wort. Genau, da war der Tag des Journalismus in Hamburg bei Grunau und Jahr und dann eben vor allen Dingen ausgerichtet vom Stern. Und da war ich bei so ein paar, habe ich halt irgendwann bei ein paar Veranstaltungen zugehört. Das war echt sehr interessant und auch nochmal so eine Tour mitgemacht. Atze Schröder hatte da mit Kester Schlenz, Kester Schlenz ist auch Buchautor und eben Journalist beim Stern und der interviewt auch immer mal wieder Autoren. Und die beiden haben eben über, also das Thema sollte eigentlich sein, irgendwie Comedy beim Schreiben. Aber eigentlich hat Atze Schröder die ganze Zeit irgendwelche Anekdoten erzählt und Kester Schlenz dann noch ein bisschen erzählt. Und das war echt wirklich super witzig. Ich weiß ja, Atze Schröder hat dich immer so in dieser Mario-Barth-Eckel verortet. Ja, genau. Aber das ist ein wahnsinnig schlauer Mann. Ich habe schon mal einen Podcast mit dem gehört, hier im Hotel Matze, den ich auch immer gerne empfehle, den Podcast. Und auch da hat er so reflektiert und so schlau erzählt und das ist einfach nur eine Kunstfigur und er selbst ist ganz, ganz anders. Das war echt, ja, das war echt sehr, sehr witzig. Til Schweiger hat am Ende auch noch irgendwie so eine Veranstaltung gehabt. Das war dann weniger inhaltsvoll, aber genau, aber das mit Atze Schröder war echt so eine Überraschung nochmal. Ich wusste auch gar nicht, dass Micky Beisenherz für den schreibt. Okay, wusste ich auch nicht. Und bei Micky Beisenherz übrigens witzigerweise war ich bei einer TV-Aufzeichnung hier bei Artikel 5, das ist so eine Politik-Comedy-Sendung. Die war aber irgendwie, fand ich jetzt nicht so gut, genau. Aber da entferne ich mich jetzt auch schon wieder vom Buchbereich. Ja, bei mir stehen halt eher auch so demnächst noch ein paar Sachen an. Also jetzt, was nicht mit Literatur zu tun hat, aber vielleicht auch für den einen oder anderen ein schöner Veranstaltungstipp ist, jetzt am Samstag, am 15.06. ist im Moviepark der Cos Day. Da kommen allerlei Cosplayer aus Deutschland und die kann man dann treffen, mit den ganz krassen, kann man Fotos machen und sich Autogramme holen und es laufen zig Cosplayern im Park rum. Also so ein bisschen wie früher, als der Moviepark noch Batman und alles hatte. Ich bin da mal sehr gespannt, wie das wird. Ich werde da sein als Cosplayer mit Hipster-Fangoy-Fashion und das erste Mal für mich, ich habe bisher nur Grandioses davon gehört. Also mal schauen. Okay, ja, dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann wieder mehr hören, denke ich. Aber ich habe auch, nächste Woche stehen die Buchtage in Berlin an. Ah ja, stimmt. Für mich dann das Nachwuchsparlament von Montag bis Mittwoch. Genau, da trifft sich im Prinzip die Branche in Berlin und gleichzeitig findet eben das Nachwuchsparlament statt. Dann eben für den Nachwuchs aus dem Buchhandel, aus dem Verlagswesen, aber auch Studenten, die in Richtung Literaturbranche, Verlagsbranche gehen. Und da gibt es ganz viele Veranstaltungen im Rahmen dessen. Es gibt ein Mitgliederfest und dann eben diese Parlamentssitzung selbst, wo es dann auch ganz viele interessante Vorträge gibt. Unter anderem von der Lena Falkenhagen. Von Arze Schröder. Science-Fiction-Autorin, leider nicht. Leider nicht Arze Schröder. Nee, echt Arze Schröder war echt eine Überraschung für mich. Nee, aber genau, da gibt es so ein paar Vorträge. Da wird noch ein neuer Vorstand gewählt und so. Dann gibt es ja jetzt nach dieser Buchkäuferstudie, die vor, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile rausgekommen ist, wurde jetzt vor kurzem gerade die, ja, so ein aktueller Zwischenstand präsentiert, in dem gesagt wurde, dass so wie 300.000 Buchkäufer wieder mehr gibt. Und darüber wird auch ganz viel gesprochen. Also, ja, das so als Branchen-Event nächste Woche ganz interessant in Berlin. Ja. Ja, cool. Ja, ich habe auch noch etwas, ein bisschen Eigenwerbung. Am 19.06. eröffnet nämlich mein Büchertisch im Talia Leverkusen in der Rathausgalerie. Ich darf quasi in der Woche einen Büchertisch gestalten. Ich habe auch schon meine Bücher alles rausgesucht. Ich bin jetzt fleißig am Bandarolenbeschreiben zu Hause. Und ab dem 19.06. wird er halt quasi gelauncht. Ja, ich bin halt mega aufgeregt und voll gespannt, wie das so wird. Weil die von Talia haben sich voll viel Mühe gegeben. Die haben extra so Poster drucken lassen und alles. Das ist richtig. Ach, cool. Also, das, was ich bisher gesehen habe, sieht richtig gut aus und total professionell. Und ich freue mich einfach darauf, meine Buchtipps so an andere weiterzugeben. Und hoffe, dass dann auch so vielleicht die einen oder anderen mal vorbeikommen und mal Fotos machen. Und mich dann auch auf Social Media verlinken, damit ich mir das auch mal angucken kann, was die so gut fanden oder scheiße fanden. Ist das ein total querbeetern oder so? Ja, voll. Es ist extra mega querbeet. Also, ich habe mir quasi gedacht, ich will irgendwie einen Büchertisch machen, wo, selbst wenn man dran vorbeigeht und gar keine Verbindung irgendwie dazu hat, dass man irgendwie zumindest ein Buch sieht, von dem man denkt, hey, das könnte interessant sein. Also, es ist zum Beispiel was aus dem Comic-Bereich dabei. Fantasy, Jugendbuch, alles so kunterbunt. Okay. Ich will natürlich noch nicht zu viel verraten, welche Bücher man da sehen kann. Muss man schon selbst hingehen dann. Ja, ganz genau. Also, ich war gespannt, wie das dann wird. Und ja, freue mich einfach auf diese Aktion. Ja, ich glaube, ich habe sonst nichts mehr. Dann kommen wir ja schon zu unserer ersten Kategorie, Lennart, oder? Mensch, Mensch, ja. Ja. Dann viel Spaß jetzt mit Frisch Verschlungen. Ja, wir haben beide zwei Sachen, ne? Ich kann eben einmal, weil ich das ja jetzt schon so angeteasert habe, letztes Mal irgendwie schon davon erzählt habe, aber das nie fertig gehört habe, kann ich jetzt einmal endlich mein Fazit erzählen zu alle sieben Wellen von Daniel Glatthauer zu dem Hörbuch. Na, endlich. Ich bin durch, ich bin durch. Es ist schon ewig her, dass ich durch bin, deswegen fühlt es sich ein bisschen komisch an. Aber, genau. Also, erstmal, es ist ein zweiter Teil. Der erste Teil ist gut gegen Nordwind. Ich werde jetzt in der Inhaltsbeschreibung ein wenig, ja, ein wenig spoilern. Genau, und zweiter Teil, es geht um Emy Rodner und Leo Leike immer noch, die sich Mail schreiben und das Problem, das es gab, war, dass Emma eben einen Mann hat und verheiratet war und am Ende des ersten Buches kommen sie dann eben nicht zusammen. Sie bleibt bei ihrem Mann kurz vor ihrem ersten Treffen, ja, entscheidet sich dann doch zu Hause zu bleiben und sie sehen sich dann eben nicht. Und das ist so, ich fand es so krass, weil es in meinem Liebesroman kein Happy End gab und ich fand es, ich fand es wirklich mega, ich fand es, ja, es war einfach ein fantastisches Ende und es hat mich so richtig sprachlos zurückgelassen. Und ich weiß auch noch, was ich, also, was ich so toll fand bei gut gegen Nordwind war eben so diese Spannung zwischen diesen beiden Figuren, ohne dass sie sich wirklich treffen, ohne dass sie sich sehen. Naja, jetzt, und im zweiten Band spielt dann irgendwie ein halbes Jahr oder so ungefähr später, sie möchte wieder Kontakt mit dem aufnehmen, er ist in Boston und hat mittlerweile auch eine Freundin oder da bahnt sich auf jeden Fall etwas an. Und dann fangen sie wieder an zu schreiben und das ist relativ am Anfang, sie treffen sich dann auch und danach auch noch öfter. Und irgendwie, also am Anfang kam ich mit Emmy überhaupt nicht so zurecht als Figur, weil die sehr, sehr zickig war auf einmal und irgendwie, weiß ich noch, bei gut gegen Nordwind war der Anfang einfach so sehr romantisch und die waren einfach mega flirty, sozusagen das erste Drittel des Buches. Und jetzt ist es einfach nur so angezickert. Man fand das echt, echt ein bisschen anstrengend. Das gab es im ersten Buch auch, aber dann später und so, das passte so in die Dramaturgie. Und dann genau, sehen sie sich dann eben auch das erste Mal. Auch das war irgendwie, irgendwie fand ich das doof, weil da so ein bisschen diese Spannung weg war, dieses Aufregende. Also irgendwie ganz viele Sachen, die mich so gestört haben. Und dann gab es wieder so Mails, so Kapitel, es gab Sätze, die einen irgendwie wieder so zerstört haben, weil es, also oder mich so zerstört haben, weil es, ja, einfach, es ist immer sehr romantisch, es kratzt immer so ein bisschen am Kitsch, aber das finde ich auch nicht schlimm. Und da sind echt so, so Sachen dabei, da, da kann man echt gar nicht mehr so richtig weiterhören. Du musst echt pausieren und denkst dann, oh Gott, oh, was, was machen die da? Es ist, ja, das ist wirklich echt. Da kriegst du schon Herzschmerz, wenn man dir nur zuhört. Ja, es ist wirklich, oh, das hat mich richtig mitgenommen wieder. Aber das Ende finde ich, finde ich ganz furchtbar, leider. Aber da möchte ich auch nicht zu viel erzählen. Aber deswegen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so richtig als, als Tipp jetzt, weil, äh, weil das Erste wirklich perfekt ist, gut gegen Nordwind und alle sieben Wellen jetzt, da, da taucht manchmal so dieses, äh, dieses Feeling vom Ersten wieder auf in so einigen Sätzen. Also, zum Beispiel, wenn, wenn Leo, ähm, betrunken Mails schreibt, das ist, das ist einfach herrlich, wenn, wenn er dann immer so sehr ehrlich wird auf einmal und zwischendurch, äh, nochmal erklärend sagt oder schreibt, äh, ich bin ein bisschen betrunken. Ähm, und man so diese, diese, äh, ja, alkoholisierte Anstrengung hinter den Worten irgendwie durchspürt. Das ist einfach ganz, ganz, ganz toll geschrieben. Da sind wieder ganz tolle Sätze dabei. Ähm, aber so dieses richtige, vollkommene Gefühl vom Ersten Buch taucht mich wieder auf. Ja. 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 Na gut, aber ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt jetzt auf die Verfilmung mit Nora Tschirner und Alexander Fehling. Da werde ich auf jeden Fall am ersten Tag direkt ins Kino gehen und ich bin so froh, dass ich das jetzt gehört habe, die beiden Teile und nicht vor Jahren, weil ich dann noch so lange auf diese Filmverfilmung gewartet hätte und, äh, und so dauert es jetzt, dauert es jetzt nicht so lange, ja. Wie du mir so das Messer in den Rücken stichst, so. Ja. Nimm das. Nimm das. Ja. Ja, ich bin echt gespannt, weil, weil der Trailer jetzt auch ganz anders aussah als das Buch, aber irgendwie so in dem Geiste des Buches. Ja. Also ich glaube auch, äh, der Film, der, der könnte, können wir auch wieder, können wir auch wieder treffen. Ja. Ja, wir bleiben mal bei der deutschen Literatur. Ich hab nämlich von Sarah Kuttner kurz zu Ende gelesen. Ah, oh Gott. Ja, oh Gott. Also, äh, also direkt mal als Warnung vorab. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Es ist ein echt heftiges Buch und es geht um Kindstod. Also, wenn ihr das nicht hören wollt, ist hier eine Trigger Warning. Ähm, springt einfach ein bisschen vor. Und ja, jedenfalls geht es, äh, in dem Buch um eine junge Frau. Die ist mit einem Typen zusammen und der Typ hat ein Kind. Und beide heißen Kurt. Also, der Mann heißt Kurt und das Kind heißt Kurt. Das ist maximal verwirrend im Buch. Also, man, das, damit wird auch so ein bisschen gespielt die ganze Zeit. Also, es ist schon irgendwie krass Absicht und es ist, hat auch irgendwie so ein bisschen Sinn, warum beide Kurz heißen. Aber das lasse ich offen für alle, die das Buch noch lesen wollen. Ja, und, äh, der kleine Kurt, der ist sechs, sieben Jahre alt, der stirbt eines Tages. Das kann man nicht anders sagen. Er fällt vom Klettergerüst und ist tot. Und das ist halt auch, äh, die Story dahinter. Es geht darum, dass, äh, verarbeitet wird, was passiert, wenn so ein junges Kind stirbt. Und, äh, das Interessante an dem Buch ist eben, dass das aus der Sicht von der Freundin geschrieben ist und nicht von dem Vater. Und da kommen natürlich allerlei Fragen auf, so, inwiefern sie überhaupt so viel trauern darf, wie der Vater, ähm, wie sie mit der Trauer umgehen soll, wie sie mit ihrem Freund umgeht, der ja gerade seinen eigenen Sohn verloren hat. Also, es ist echt maximal heftig. Ich muss aber auch sagen, dass das Buch in den letzten 100 Seiten total an Fahrt verliert. Also, irgendwie, die letzten 100 Seiten fand ich todeslangweilig. Ähm, klar, es geht halt immer noch darum, dass das so verarbeitet wird. Aber irgendwie hätte ich ja am Ende noch ein bisschen Aufschwung gehabt oder so totales Chaos und es war irgendwie sehr neutral alles. Ja, das, also, es war mir dann am Ende einfach zu, ja, zu langweilig. Das ging zu langweilig aus, meiner Meinung nach. Ähm, aber alleine dieses, ne, man ist beim Lesen die ganze Zeit darauf vorbereitet, okay, gleich passiert's. Gleich stirbt dieses Kind. Gleich passiert's. Gleich passiert's. Das ist halt richtig heftig im Kopf. Und, ähm, wer jetzt aber denkt, das wird halt so krass auserzählt, wie das Kind halt stirbt, das, äh, wird quasi gar nicht angeschnitten. Also, selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, ich, ich kann das aufgrund dessen nicht lesen, ich hatte halt auch gedacht so, boah, ich will das aber nicht lesen, wie der stirbt, ne? Das find ich halt jetzt schon ein bisschen krass. Also, das wird nicht ausgeschrieben. Das wird ganz schön umgangen und das find ich auch gut. Und man, ich finde, man merkt bei diesem Buch halt auch sehr krass, wie gut Sarah Kutner eigentlich schreiben kann. Ja. Ja, die schreibt toll. Ja, total. Aber ich muss schon sagen, Kurt hat mich jetzt nicht ganz so krass gepackt wie ihrer anderen Hits. Ja. Obwohl es gerade ja echt, echt sehr, sehr großen Erfolg eigentlich feiern, ne? Nachdem wir das letzte, was war das, 180 Grad mehr oder so? Also, ja, nicht so erfolgreich war. Ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt ganz gut angekommen erst mal. Ja, es ist halt auch einfach ein heftiges Thema. Also, ich finde erst mal jemanden, der Lust hat, über sowas zu schreiben, über 300 Seiten, ne? Ja. Also, ist schon krass. Man muss einfach auch sich die ganze Zeit dessen bewusst sein, worum es in dem Buch geht. Und man muss versuchen, sich dazu, davon so ein bisschen zu distanzieren. Aber es ist halt auch ein Sarah Kutner Buch. Das heißt, es ist so locker leicht. Es hat aber auch ein paar richtig schöne Sätze. Und zugleich ist es halt auch lustig, skurril so an einigen Situationen. Und sie versucht natürlich auch immer, damit umzugehen, wenn man, gerade wenn irgendwie eine Figur jetzt so mega traurig ist, das halt irgendwie auch ein bisschen lustig oder absurd darzustellen. Denn, ja, muss man ready für sein. Als kleiner Tipp dazu, es gibt irgendwie eine Playlist zum Buch, habe ich irgendwo gesehen. Oh cool, das wusste ich gar nicht. Und es gibt auch, da kann ich wieder empfehlen, Hotel Matze, eine Podcast-Folge mit Sarah Kutner, weil die beiden ganz gut befreundet sind, wo die dann eben auch über Kurt unter anderem reden. Und sie erzählt so ein bisschen über die Einflüsse, weil sie ja selbst kein Kind verloren hat. Aber jetzt in den letzten Jahren wohl drei aus ihrem Bekannten- beziehungsweise Freundeskreis verstorben sind. Und, ja, wie da so die Einflüsse waren. Und da geht es auch so ein bisschen darum, eben über was kann man eigentlich schreiben und so. Und, ja, den fand ich sehr, sehr interessant, den Podcast. Hat sie auch erzählt, sie auch ganz viel über Freundschaften. Das fand ich auch sehr spannend. Also, den Podcast kann ich wärmstens empfehlen und die Folge auch, ja. Ja, gut, dann sind wir fertig mit unserer Trigger Warning. Und für alle, die nicht so gerne bei Kindstod etwas erfahren möchten, haben wir hier einen weiteren Buchtipp, der von Lennart kommt. Ja, Trigger Warning jetzt hier nur bei Herzschmerz. Und zwar Zwei an einem Tag, habe ich gelesen, wieder von David Nichols. Der, von dem habe ich gerade, oder habe ich vor kurzem empfohlen, Ewig Zweiter. Das war dieses über den Schauspieler, der, genau, der sich verliebt in die Erstbesetzung, erst die Zweitbesetzung in einem Stück. Und er verliebt sich in die Freundin der Erstbesetzung, genau. Und jetzt habe ich eben den Klassiker von David Nichols nochmal gelesen, Zwei an einem Tag. Es geht um Emma und Dexter, deren erst Freundschafts-, dann Liebesgeschichte und immer dazwischen hin und her springende Geschichte eigentlich erzählt wird. Über 20 Jahre, meine ich hinweg, immer an einem Tag. Das ist, genau, richtig so ein, ja, also man kriegt da richtig so ein Stück Leben irgendwie mit von denen dadurch. Es geht dann auch noch, ja, schneidet dann weitere Themen noch an, wie der, zum Beispiel die Beziehung von Dexter zu seinem Vater. Grundsätzlich geht es eben darum, dass die sich eines Abends irgendwie bei einer Party wie kennenlernen, im Bett landen und danach sich, ja, sich dann immer mal wiedersehen, sich erst befreundet sind. Dann gehen die Wege wieder so ein bisschen auseinander. Es passiert wahnsinnig viel, er wird erfolgreich. Sie möchte Schriftstellerin werden und so. Und ja, es passiert natürlich, wie man sich vorstellen kann, in diesen 20 Jahren sehr viel. Ich weiß gar nicht, eigentlich, glaube ich, kennt das auch schon jeder. Ich weiß gar nicht, was man erzählen darf oder nicht. Es wird auf jeden Fall noch ein Kind geboren innerhalb dieses Buches, das kann man sagen. Sagen wir nicht von wem. Ja, sie haben wechselnde Partner und sie kriegen sich nicht. Und naja, also es ist so dieses, im Prinzip dieses typische Rom-Com-Klischee von, ja, sie sind eigentlich beste Freunde, aber irgendwas ist doch mehr da. Aber irgendwie hat er doch nicht mehr da. Ja, und das eben aber über diese 20 Jahre erzählt, das ist einfach so ein erzählerischer Kniff, der erstmal ganz toll ist. David Nichols hat auch gesagt, dass das Tolle an dem Buch war einfach, dass es so gut pitchable, wie sagt man es auf Deutsch. Naja, also man konnte es gut pitchen, weil man eben einfach sagen konnte, so eine Liebesgeschichte über 20 Jahre erzählt immer nur an einem Tag. Ja, und es ist so die klassische Liebesgeschichte, es ist unfassbar romantisch, es ist sehr, sehr witzig, es ist sehr, sehr tragisch. Auch also gerade die Bücher vorher von David Nichols waren ja eher witzig, also wirklich klassische romantische Komödien. und das ist jetzt eher so ein richtig großer Liebes-Epos, könnte man fast sagen, die Verfilmung mit Anne Hathaway und Jim Sturges und Ken Stott unter anderem. Die war ja auch sehr, sehr, sehr erfolgreich und da hat er auch das Drehbuch geschrieben. Genau, und ja, der Film ist ja sowieso toll, aber das Buch ist natürlich einfach, weil es länger ist. Es gab auch eine längere Version von dem Film, die allerdings zu lang fürs Kino war, aber auf jeden Fall ist die längere Version in der Buchform natürlich einfach erzählerisch, inhaltlich viel spannender und viel besser. Und ich mag einfach diesen Schreibstil von David Nichols, weil es eben so die sehr, sehr romantische hat, aber gleichzeitig immer so einen guten, schlauen Witz dabei. Und dadurch irgendwie, dass auch viele Witze dabei sind, verzeiht man ihm dann auch manchmal so diese Sätze, die ja auch schon so ein bisschen vor... Die nicht so gut sind. Ja, die sind einfach immer ein bisschen drüber, aber das braucht man ja auch irgendwie bei so einem Titel eigentlich. Aber ich glaube, wenn man es jetzt so objektiv als Literaturkritiker mit seiner Lesebrille aufgesetzt betrachten würde, würde man sagen so, boah, das trifft aber schon vor Pathos, aber wenn man das so als ganz normaler Leser liest, dann nimmt einem das schon sehr, sehr mit und es hält sich eben die Balance, dass es eben wieder nicht kitschig wird. Und das ist ja gerade so, wenn man sich jetzt die Grundidee anhört und allgemein Liebesgeschichte und Freundschaft zur Liebesgeschichte, dann ist das ja einfach sehr, sehr schwierig, das zu vermeiden. Aber der hat dann so Sätze dabei, dann sagt sie zu ihm irgendwann, ich liebe dich, aber ich kann dich nicht mehr leiden oder ich mag dich nicht mehr irgendwie so. Und ja, solche Sachen haut er dann einfach mal da raus. Da muss man schon mal schlucken. Also das ist auch ein wahnsinnig tolles Buch. Also man kann sehen, was sich durchzieht im Moment bei mir. Sehr kitschig. Sehr, sehr kitschige Geschichten. Aber ich finde bei beiden eben gut, dass sie auch noch so schlau geschrieben oder nicht schlau geschrieben, aber so einigermaßen anspruchsvoll geschrieben ist. Ja klar, wenn es halt so platt ist, dann macht es gar keinen Bock. Ja, genau. Ja, aber wenn ihr in die Richtung nochmal Empfehlungen habt, wirklich, das würde mich wirklich interessieren, so gute romantische Komödien. Das fände ich sehr interessant, ja. Aber es würde den Lennart wirklich interessieren. Also nicht so, wie er sonst sagt, sondern wirklich. Also nicht so, wie ich sonst sage, nur um irgendwie so ein bisschen den Eindruck zu machen, dass mich hier Community interessiert oder so. Sondern diesmal halt wirklich. Also, ja. Ja, ich habe zu guter Letzt noch was aus dem Fantasy-Bereich, weil auch da muss ja natürlich noch ein bisschen hier kommen, im Lit-Cast. Ich habe den dritten Band von Model Engines gehört, Der Grüne Sturm. Das erschien bei Argon Hörbuch. Und oh mein Gott, I am dying. What a ride. Also Model Engines, habe ich ja auch schon ein paar Mal hiervon erzählt, dass ich finde es immer wahnsinnig schwer zu beschreiben, worum es geht, weil es halt so eine riesige, krasse Welt ist, in der das spielt. In dieser Welt gibt es halt keine Städte mehr. Diese Städte sind so fahrende Motoren und die bekriegen sich halt. Also es klingt super blöd und es klingt irgendwie ein bisschen nach Transformers-Trash, aber ist es halt nicht. Es ist schon so ein bisschen Steampunkig, aber halt auch nicht so richtig. Naja, und in dieser Welt gibt es Tom Netsworthy, der ist Historiker in London. Und dann gibt es Hester Sean, die ist eine kleine Rebellin und die findet alles, was so mit den rollenden Städten und diesem System zu tun hat, total ätzend. Und Tom findet das halt total super. Und die beiden haben so eine schicksalhafte Begegnung, als Hester eines Tages in London eindringt und den größten Historiker aller Zeiten umbringen möchte. Und dann ab da sind ihre Schicksale so miteinander verwoben. Und ich will auch gar nicht so viel verraten, worum es in Band 2 geht, weil hört selbst herein oder liest selbst. Und im dritten Band ist es krasse halt, dass es viele Jahre später spielt. Also das hat mich total geflasht, weil ich dachte so, hä? Hä? Warum ist das so viel später? Aber es ist total geil. Und es hat einen tiefen Sinn, warum das so viel später ist. Das will ich jetzt auf gar keinen Fall spoilern. Es geht um das Mädchen Wren und die will ihre Heimat verlassen und endlich mal raus und ein Abenteuer erleben. Ja, und wenn man halt weiß, was Tom und Hester für krasse Sachen erlebt haben. Ähm, und Wren ist halt eher so diejenige, die gar nichts erlebt hat und dann merkt, was für ein Scheiß da draußen eigentlich abgeht. Also, es ist ein ganz schön krasses Abenteuer. Und der dritte Band hat es halt nochmal mega in sich, weil am Ende gibt es so einen krassen Plot-Twist, dass ich ... Wortkotze, weil es so krass ist. Und ich freue mich jetzt schon voll auf den vierten und letzten Band. Ja, ich finde es halt so krass, weil Mortal Engines kam halt so spät in mein Leben. Dabei gibt es die Bücher ja eigentlich schon länger. Naja. Ja, es kam durch den Film eigentlich, oder? Genau, durch den Film. Also, ich habe angefangen, den Film zu schauen und den fand ich halt mega geil. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Film schon so geil war, dann will ich auch die Bücher lesen und habe halt damit angefangen. Und ja, I dived in and I came out dead. Ja, gut. Ja, das sind wir auch schon durch, mit dem Gelesenen beziehungsweise Gehörten. Ganz genau. Dann gucken wir jetzt, kommen wir zum Sehen und damit zu Bücher für die Augen. Ja. Und wir waren beide ... Viel im Kino. Habe ich schon gehört, schon oft im Kino wieder, ja. Ich war viermal im Kino tatsächlich. Okay, ich war fünfmal. Wow. Ja, es wird auch nicht besser. Also, ich gehe heute noch ins Kino, ich gehe am Sonntag ins Kino und ich gehe am Montag ins Kino. Oh, was guckst du da? Heute gucke ich Man in Black, am Sonntag gucke ich natürlich den neuen Adam Driver Film und am Montag gucke ich Rocket Man. Ja, okay. Also, das werden die Filme sein, die ich beim nächsten Litcast besprechen werde. Yay. Schon mal ein kleiner Teaser, ja. Ganz genau. Ich habe gerade gemerkt, ich habe doch nur, doch nur vier gesehen, weil ich mich aufgeschrieben habe. Alladin, weil wir darüber nochmal reden wollen, weil du den jetzt auch gesehen hast und ich damals noch nicht so viel sagen konnte, weil es noch so ein Presseembargo gab. Ja, dann lass uns doch direkt mal bei Alladin rein starten. Also, hatten wir ja in der letzten Woche schon, in der letzten Woche, beim letzten Litcast schon gesagt, dass es sich bei Alladin einfach um eine Real-Life-Verfilmung des Disney-Zeichentrickfilms handelt. Und es sind ein paar Sachen geändert worden, beispielsweise, dass Jasmin ein bisschen mehr Platz im Film hat und es auch mehr so darum geht, dass sie unbedingt Sultan werden will und eher weniger um diese ganze Liebesgeschichte mit Alladin. Und ja, Lennart, du hast, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, so das Beste war für dich im Film der Genie, ne? Ja. Ja, Will Smith spielt den Genie, genau. Ja, also, ich weiß nicht, zum Inhalt muss man da was sagen. Also, es geht um Alladin, der an eine Wunderlampe kommt, an der auch noch der böse Jafar interessiert ist und gleichzeitig verliebt er sich in die Prinzessin, ist er aber eben nur ein Dieb und nutzt dann diese Wunderlampe, um ein Prinz zu werden, um dann ihr Herz zu erobern. Aber vielleicht, ja, braucht es das gar nicht, das Prinzen sein, damit die Liebe sieben kann. Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht, wer weiß. Sonst Ali knack ich wie nie, Alia Bar. Okay, ich habe ihn auf Englisch geguckt. Ich habe ihn auf Englisch geguckt und als ich mir so ein paar deutsche Songs angehört habe, war ich auch ganz froh, ob ich sagen muss, es singt ja nicht die deutsche Synchronstimme von Will Smith die Songs, sondern Manuel Straube, der die Synchronstimme von Hobbit ist, also von Martin Freeman. What? Und ich finde, der klingt erstaunlich doll wie Will Smith singend. Ja, total. Hätte ich jetzt niemals gedacht, dass es da irgendwie, also, also ich habe es auf Deutsch gesehen, leider. Aber ich hatte das jetzt nicht so gehört. Also, ich finde, die deutschen Lieder sind halt ganz gut, aber es passt eben nicht zur Synchronisation. Also, die Münder haben halt einfach nicht gut gepasst und das hat sie ein bisschen trashig gemacht. Ja, die sind auch textlich, gerade bei Songs finde ich es immer sehr schwierig. Weil es sind halt einfach die Disney-Songs und die haben versucht, so ein bisschen neuen Twist reinzubringen. Also, es gibt so ein paar Textstellen, die einfach ein bisschen anders sind, ne? Aber ich finde das halt auch gut, dass sie da versucht haben, ein bisschen was Neues zu machen, weil ansonsten wäre es halt, würden alle sagen, oh, ist plakativ, langweilig, eins zu eins. Und demnach fand ich es ganz cool, dass so ein paar Textstellen sich ein bisschen anders anhören und auch moderner sind, also dem Zeitgeist eher entsprechen. Ja, das stimmt. Ja, ich fand auch ... Mal ganz ehrlich, Prinz Ali knackig wie nie, das würde heute niemand mehr singen. Das stimmt, ja. Ja, aber ich fand eben ... Ich fand gerade eben, zum Beispiel, du sagst eben, moderner, dass eben Jasmine da deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das war schon sehr schön. Es ist natürlich auch immer sehr, sehr berechnend, jetzt gerade in dieser Zeit, in der jetzt der Feminismus immer größer wird, so, dass dann Disney darauf reagiert. Das ist ja auch irgendwie logisch, aber ich fand es trotzdem toll und ich finde, es passt in den Filmen sehr gut rein. Ich fand auch die Schauspielerin größtenteils sehr gut. Es gab ein paar peinliche Momente, fand ich, aber ... Ja, der Jafar ist halt furchtbar. Also, das kann man wirklich nicht anders sagen. Es liegt aber nicht am Schauspieler, meiner Meinung nach. Nee, ich finde, es liegt total am Design. Wenn die den anders so ein bisschen gruseliger gemacht hätten, dass der größer wirkt, dass der schlanker wirkt, das Make-up, das Gesicht, wenn die das alles ein bisschen mehr betont hätten und wenn er nicht aussehen würde wie der Random-Dude, der dir gegenüber wohnt, dann wäre der ja auch schon ein bisschen gefährlicher gewesen. Aber so war der halt, wo ich mir dachte, ja, okay, sorry, das ist halt eine Lachnummer. Ja, also, ich habe auch noch im Nachhinein gedacht, so, ich habe auch so ein Problem, weil ich dem Film eben nie abgekauft habe, dass der, ja, dass es diese Orte wirklich gibt. Es sah immer alles zu glatt aus, zu sehr nach Studio irgendwie. Da war zu wenig Dreck oder so. Da warst du ja auch die Kostüme und so. Ja, das stimmt. Es ist halt Disney, ne? Es hatte alles eher was von Theater. Ja, aber nee, das fand ich bei die Schöne und das Biest schon schöner und glaubhafter. Historischer irgendwie, ne? Ja, genau. Also, das war so ein bisschen greifbarer, das Dorf und so da. Und jetzt, ja, und jetzt bei Aladin, ja, war das teilweise echt schlecht, fand ich auch so ein bisschen CGI, manchmal auch nicht so wirklich, nicht so wirklich doll, ja. Ja, das ging halt, ne? Also, ich fand das CGI in Ordnung, der Löwe, nee, Tiger. Tiger, ja. Ich muss gerade überlegen, was ist das nochmal von der Katze? Der Tiger sah super aus, fand ich. Ja, fand ich auch. Und der Genie war super. Also, ich hatte mit dem CGI, ehrlich gesagt, nicht so die Probleme. Ja, also Genie. Ja, es war so ein paar Sachen, wo du genau gesehen hast, so, hm, der hätte dir nochmal bearbeiten können. Ja. Ja, genau. Aber eben, also ich finde, es lohnt sich schon allein wegen Will Smith als Genie. Und ich fand auch eben Speechless, diesen Song von Jasmine. Ja, der war cool. Das war schon, war schon auch visuell eine tolle Szene, so. War gut gemacht. Aber der ist insgesamt eben sehr, sehr glatt, so. Der hat keinen eigenen Stil. Also, man merkt nicht, dass Guy Ritchie, der unter anderem ja die beiden Sherlock Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. gemacht hat. Ja, also, warum überhaupt, ne? Wieso muss man Guy Ritchie das machen lassen? Das ist doch bescheuert. Warum kann man da nicht jemanden machen lassen, der sich auch mit der, also, der da halt auch aus diesem Kulturbereich kommt, weißt du? Und nicht so Guy Ritchie. Also, ich finde, ja, aber man merkt ihn halt nicht, ne? Also, der hat halt keine Identität so richtig, der Film. Der ist so, ja, naja. Und ich fand es sehr schade, dass ihm Billy Magnussen, der diesen albernen Prinz da spielt, sehr nicht mehr Screentime bekommen hat, weil der so witzig war. Also, auf Englisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, das ist auch so jemand, da kann man es auch in der deutschen Synchro richtig verhunzen. Aber, äh, den fand ich wahnsinnig gut. Im Original auf jeden Fall. Ich hab dem jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, okay. Ich fand ihn wirklich unglaublich witzig. Ja, genau, soviel zu Aladin. Ganz genau. Was hast du noch alles im Kino gesehen? Vielleicht können wir ja abgleichen. Okay. Äh, ich hab, ich hab noch John Wick 3 gesehen. Nee, hab ich nicht gesehen. Interessiert mich auch nur. Ja, also, ja, witzigerweise, äh, hab ich auch die ersten beiden Filme der Reihe nicht gesehen, John Wick 1 und 2. Och, dann hast du dir gedacht, ach, dann schau ich einfach mal den dritten Teil an. Na, der dritte, der hat jetzt so, so gute Kritiken bekommen. Viele haben gesagt, der ist deutlich besser als der erste und zweite. Okay. Und da dachte ich so, ja, also, es ist halt ein Actionfilm, also, was soll ich da inhaltlich nicht verstehen? Äh, ja, stellt sich heraus, ja, man muss auch inhaltlich gar nichts verstehen, weil es einfach so simpel ist. Also, er hat halt am Ende des zweiten Teils irgendwie ein bisschen scheiße gebaut. Und jetzt, äh, wird er im dritten Teil nur gejagt und kämpft. So, das, das ist es einfach. Und, äh, genau, John Wick wird gespielt von Keanu Reeves. Ansonsten spielt noch irgendwie, äh, Hal Berry, meine ich mit. Ähm, wer denn noch? Wer war das noch? Es sind so ein paar bekannte Gesichter. Äh, ach man, jetzt hört mir da eine Name nicht ein, ähm, der, äh, auch in der Serie, eigentlich in American Gods mitgespielt hat, in der Serie. Ähm, und in Hellboy jetzt gerade. Naja, fällt mir nicht ein, bekannte Schauspieler unter anderem, die so bekannt sind, dass ich mich nicht an ihre Namen erinnern kann. Äh, aber auf jeden Fall eben Keanu Reeves in der Hauptrolle, der ja gerade so ein bisschen so einen Hype hat, auch weil er in diesem Netflix-Film war, äh, Always, Be My, Maybe, oder so. Und jetzt auch in unserem Videospiel drin vorkommt und wahrscheinlich irgendwie in The Eternals von Marvel, äh, eine Rolle kriegen soll. Und der hat ja im Moment so einen Mega-Hype und das gönnt man ihm auch sehr. Und man merkt auch, dass er wahnsinnig viel Spaß an dem Film hat, an den Dreharbeiten, weil es so gigantisch gute Action-Szenen sind. Und der ist so brutal auch, also wirklich das ganze Kino war so oft so überrascht, wie drastisch dieser Film ist, ohne jetzt irgendwie so eklig zu werden oder so in die Splatter-Richtung zu gehen. Aber der ist einfach, äh, es sind einfach toll gefilmte Kampfsequenzen, richtig, richtig gute Ideen dabei. Also, es gibt so eine Kampfszenen in so einem Pferdestall. Also, es ist, ja, das ist echt, echt wahnsinnig gut und die ganze Zeit sehr unterhalten. Und klar, es ist halt gar keine Story, aber der ist visuell toll. Das sind, ja, einfach so die besten Action-Szenen, die ich, glaube ich, seit Mission Impossible Fallout gesehen habe. und das halt nonstop wirklich. Es ist echt Kampf an Kampf. Und schauspielerisch ist das von Keanu Reeves wahnsinnig gut. Der, äh, der macht das da, ja, der macht das wahnsinnig gut. Also, ja, für alle Action-Film-Fans ist es wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung. Der hat richtig, richtig Spaß gemacht, der Film. Und man darf halt keine Story erwarten. Erwarten, ja. Ja. Ähm, ich habe noch gesehen X-Man Dark Phoenix, wenn wir schon so im Action-Bereich sind. Ja, habe ich auch gesehen. Ah, sehr gut. Ja, ähm, wie stehst du denn überhaupt so zum X-Man-Universum? Äh, ich habe da, würde ich sagen, keine große emotionale Bindung dazu. Ich bin in Logan damals eingeschlafen, aber das lag auch eher in meiner Müdigkeit als an dem Film. Ich muss den echt nochmal sehen, weil der sehr gut sein soll. Das ist der beste, das ist der beste Film. Das war während meiner Fahrradreise damals. Und ich bin den ganzen Tag Fahrrad gefahren, war mega fertig. Und dann bin ich da bei, äh, bei Entferntbekannten angekommen. Und dann sind wir um 23 Uhr spontan noch ins Kino. Oh Gott. Ich war halt, wie, ja, waren sich viele Kilometer durch den Regen mit Gegenwind gefahren und einfach komplett fertig. Und dann bin ich eingeschlafen. Und deswegen habe ich halt nicht so richtige Erinnerungen an den Film. Aber, nee, und sonst, äh, äh, ich weiß nicht, was gab es noch? Apocalypse habe ich gesehen. Den fand ich okay, aber es ist auch nichts in Erinnerung geblieben. Und dann der davor, Days of Future Past. Da fand ich den Trailer so gut. Das ist wirklich, glaube ich, mit einer der besten Filmtrailer, die es gab mit dieser Musik. Und, naja, also den fand ich aber als Film so, auch wieder so okay. Ich fand den ersten aus dieser neuen Generation, den fand ich, fand ich ganz gut. Und die davor habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe da mit dem X-Men-Universum eigentlich, ja, einfach keine, keine richtige Bindung so zu den Figuren. Ähm, Deadpool habe ich gesehen, eins und zwei. Fand ich auch gut, aber, ja, genau, keine so richtige Bindung dazu. Ja, wie sieht das bei dir aus? Ja, I'm deep into this, natürlich. Also ich habe mit den Anfangsfilmen von X-Men angefangen und, ähm, ja, bin seitdem Fan sozusagen. Deswegen war ich auch sehr gespannt, wie es halt mit Dark Phoenix aussieht, weil die Story von Jean Grey kennt man ja eigentlich schon, wenn man die ersten drei Originalfilme gesehen hat. Das ist ja jetzt nichts mehr Tolles mit dem Phoenix und so im Endeffekt, ne. Deswegen hat mich das auch irgendwie so ein bisschen gewundert, dass sie das jetzt nochmal neu aufrollen wollen. Ich finde es aber cool, weil diese Phoenix-Saga im X-Men-Universum schon echt groß und wichtig ist und das halt auch immer wieder aufgerollt wird. Ja, und viele der Fans waren ja auch nicht so zufrieden damit, wie das in, äh, in der ersten Version sozusagen, äh, da, ja, gezeigt wurde. Und das Witzige ist, dass der gleiche Drehbuchautor, der damals das Drehbuch geschrieben hat, zu der, ähm, Storyline Dark Phoenix, die die Fans nicht mochten, dass der jetzt auch wieder das Drehbuch geschrieben hat und auch noch Regie geführt hat. Also, das ist wirklich einer der, äh, ja, umstrittensten Drehbuchautoren in deinem X-Men-Universum und dem hat man jetzt gesagt, so, es geht zu Ende und du darfst jetzt nochmal alles machen, so ungefähr. Also, ganz weird, ganz komische Entscheidung, ja. Ja, also für alle, die jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben von X-Men oder Dark Phoenix, bei den X-Men geht es um, ja, Menschen, die ein mutiertes Gen in sich tragen und das sorgt dazu, dass sie eine bestimmte Fähigkeit oder Superkraft haben. Und in diesem Film geht es vor allem um Jean Grey, die eigentlich Telepatin ist und die ist mit den X-Men unterwegs auf einer Allmission und dort wird, muss sie quasi Astronauten retten und bei dieser Mission geht was schief, sodass so eine kosmische Kraft in sie fährt und die ist halt übermächtig, das ist der Phoenix und, äh, sorgt dazu, dass sie totales Emotionswirrwarr durchlebt, nicht mehr weiß, wer sie ist und was sie ist und was mit ihr los ist. Ja, und dann geht dem auch einiges schief und, äh, Jean muss sich entscheiden, Ja, sie kann es nicht kontrollieren. Ja, genau, sie kann es halt nicht kontrollieren und, äh, Jean muss sich so ein bisschen entscheiden, welchen Platz sie in der Welt einnehmen möchte. Ja. Ja, genau. Äh, und gleichzeitig gibt es noch eine Bedrohung von, äh, Ah ja, das habe ich schon wieder vergessen. Aliens auf die Erde. Ja, weil die Story dann auch niemand gebraucht hätte. Nee, eben, das ist, warum ist diese Alien-Story mit der Mai? Es bringt absolut gar nichts. Das ist das Unnötigste in diesem ganzen Film. Also, das hat mich auch echt so ein bisschen im Nachhinein geärgert. Beim Gucken ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber danach dachte ich halt so, boah, das hätte es wirklich nicht gebraucht. Also, lieber dann Jean mehr Screentime geben und mehr dieses Ausprobieren der Kräfte zeigen, weil das fehlte meiner Meinung nach noch so ein bisschen. Ähm, ja, und dann haben sie da so eine plakative Storylines mit Aliens, die diese Kraft haben wollen, reingebracht, also ... Ja, also, was vor allem auch ganz ungeschickt war, weil man damit ja so diesen klassischen Antagonisten hatte, so auf den man sich fokussieren konnte. Dabei war das mit Jean Grey viel, viel interessanter, dass man sagt, die ist irgendwie böse, aber eigentlich ist sie ja gut. Die X-Mans reißt das natürlich auch, es bilden sich verschiedene Lager und das an sich hätte ja so viel Potenzial gehabt, auch gerade, weil man die Figuren ja kennt, das nochmal emotionaler zu machen, aber diese Aliens, die von außerhalb kommen, die es dann irgendwelchen Menschenkörper aneignen, zu denen, also, da hat man ja keine emotionale Bindung zu denen irgendwie oder weiß irgendwas über die. Also, das war eine ganz komische Entscheidung. Ja. Ansonsten, also, dafür, dass es jetzt so wie es ausschaut, der letzte Film so aus dieser Reihe sein wird. man weiß es ja noch nicht so genau. Es wird wahrscheinlich der letzte X-Men-Film sein, aber ich denke, da kommt halt noch irgendwie was. Deswegen, ich bin super gespannt, wie es überhaupt mit dem X-Men-Universum weitergeht. Ja, genau, die New Mutants von, übrigens im Regisseur, von The Fortune Hour Stars, es wurde jetzt auch mehrfach verschoben mit Maisie Williams unter anderem. und das, da geht man im Moment eigentlich davon aus, dass es keinen Kinostart mehr bekommt und dann auf diesen Disney-Plus-Streaming-Service kommt und danach hat ja jetzt Marvel Fox übernommen und der Kevin Feige hat gesagt, dass erst in der übernächsten MCU-Phase dann die die X-Men überhaupt vorkommen werden. Das heißt, das dauert noch so bestimmt drei, vier, fünf Jahre, bis die wieder auftauchen. Ja, mal schauen, ob da, ob dann was kommt oder ob sich das dann schon wieder alles im Wind aufgelöst hat. Naja. Ja. Auf jeden Fall, ich fand Dark Phoenix echt gut eigentlich. Es hatte für mich eben dieses mit der Alien-Storyline, das hätte man komplett rausnehmen können. Das war echt super gespielt, meiner Meinung nach. Sophie Turner war fantastisch in der Rolle und das, was ich besonders cool fand an dem Film, ist, dass halt die Nebencharaktere im X-Men, die nicht mehr so viel Screentime hatten in den letzten Filmen, jetzt einfach mehr Platz bekommen haben. Also, gerade wenn man an Nightcrawler denkt oder an Beast, ich finde es einfach schön, dass auch so Storm nochmal richtig gepusht wurde sozusagen, auch wenn vor allem nur ihre Kräfte im Vordergrund standen. Aber dieses, hey, wir sind ein Team und wir müssen zusammenhalten, das fand ich einfach toll, dass das wieder Thema war. Ja, also, ich fand auch so, das Team war toll, genau, sind auch wieder die alten Schauspieler, die zurückkehren, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender und dann eben bei den jungen Darstellern auch. Da sind auch echt, echt tolle Schauspieler dabei. Ich fand auch diese, dass sowieso diese ganzen Teamszenen echt toll waren. Auch gerade am Ende gibt es eine Kampfszene im Zug und wie sie da zusammenarbeiten, da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Szenen, wirklich, die super gefilmt sind. Das sieht sehr, sehr aufwendig aus, sehr, ja, sehr viele tolle, kreative Ideen so in Kampfszenen, sodass man echt sagt, sowas hat man so einfach nur nicht gesehen. Das ist wirklich grandios. Aber, ich weiß nicht, irgendwie ist bei mir der Funke auch nicht so richtig übergesprungen. Ich finde, also der war auch wahnsinnig teuer, der Film, 200 Millionen Dollar und das sieht man dem auch nicht immer an. Also ich finde, der sieht sehr klein aus so. Das stimmt. Und dann gibt es, also es gibt immer mal wieder so Szenen, die so richtig herausstechen. Also sowas wie Michael Fassbender, der hat dann eine emotionale Szene, als er eine schockierende Nachricht bekommt und da, und da wird einfach nur sein Gesicht abgefilmt und das ist so emotional, das ist echt, echt toll. Ja, aber dann, ja, dieses Alien-Ding hätte es halt einfach nicht gebraucht. Das ist, das zerstörte Film auch so ein bisschen für mich, weil es so, so aufhält, erzählerisch und irgendwie hat man das Gefühl, da wäre noch so, so viel mehr drin gewesen, weil das ja einfach so eine spannende Storyline ist. Absolut. Und das Ende, also das Ende Ende, da ist, da gibt es auch teilweise wieder so schlechtes CGI, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen gruselig, äh, aber, ja, also wie gesagt, also der hat gute Ideen, aber es war nicht so irgendwas, was mir jetzt so komplett von der Story mitgerissen hat. Ne, muss ich halt auch sagen, er war echt cool und ich finde für X-Men-Fans ist es auf jeden Fall ein Muss, aber für so Neueinsteiger oder Leute, die nicht so Ahnung haben, muss man es jetzt nicht unbedingt im Kino schauen. Ne, echt nicht, also ich finde auch, den kann man gut irgendwann streamen. Ja. Gut, was hast du noch im Kino geschaut? Dann habe ich noch, äh, ich habe Pads 2 gesehen, aber ich glaube, da erzähle ich dann irgendwann in der nächsten Folge nochmal. Achso glaube ich noch gar nicht, ne? Der hat noch Embargo. habe ich auch gerade überlegt. Ja, beziehungsweise er ist in Amerika ja schon draußen, das heißt manchmal darf man schon was erzählen, aber genau, der kommt wie am 4. Juli und dann erzähle ich dazu nochmal was. Äh, ja, äh, und dann kann ich aber was zu Godzilla 2 erzählen. Oh Gott. Oh mein Gott, das passt sogar. Oh mein Gott, ja. Oh Gott. Wie heißt der, ich glaube, wie heißt der, King of Monsters oder so? Genau, King of Gods of Monsters. Ja, also, ich weiß ja, wie schlecht war er. Ach, der war okay, also es ist wirklich, die machen nicht den Fehler, wie beim letzten Godzilla-Film, in dem sie einfach Godzilla nicht gezeigt haben, zwei Drittel des Films und dann kam am Ende. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den ersten Godzilla-Film halt so toll, äh, wegen der Schauspieler, weil mein Baby Aaron Taylor-Johnson hat ja mitgespielt und Elizabeth Olsen und die spielen ja Quicksilver und Scarlet Witch und in Godzilla spielen sie ein Ehepaar und oh mein Gott, die haben einfach so eine krasse Chemie. Das ist mein, äh, Screentime-Favorite-Pairing ever. Ja, also ich mochte den damals nicht und den jetzt, der macht immer diesen Fehler nicht, sondern der steigt richtig ein mit Godzilla einfach und dann gibt's ja diese anderen Giganten, die dann im Laufe des Films auftauchen und, äh, die Welt bedrohen und dann ist natürlich die Frage, ey, was macht man jetzt mit denen, bekämpft man die oder sind die eigentlich da, um die Erde zu beschützen? Äh, ja, und es gibt einfach ganz viele Monster in diesem Film und, äh, die rasten alle aus. Die Beschreibung! Und es gibt ganz viele Monster! Ja, es ist irgendwie ganz geil, auch gerade am Ende, weil die halt sich alle bekämpfen und das ist einfach eine riesen Schlacht, der so, äh, aber zwischendurch gibt's halt noch so ein bisschen wissenschaftliches Gelaber. Ich weiß ja auch nicht, warum man das noch da reintut, weil eigentlich geht's ja auch nur um die Action. Vielleicht gibt's noch so eine Storyline bei den Menschen, die okay ist, wie mit Millie Bobby Brown aus Stranger Things, die, die das auch alles gut macht, aber es ist, also es ist alles gut, so, ne? Also es ist echt gut, aber, äh, auch nichts, was dann jetzt so mitnimmt oder irgendwas Neuer findet. Die Effekte sind toll, es gibt richtig gute Bilder, aber man hat bei den Bildern auch immer so den Eindruck, ähm, dass die Idee dahinter einfach wirklich war, nicht von der Story aus zu gehen, sondern von den Bildern einfach zu sagen, äh, irgendwie so, so eine riesenleuchtende Motte hinter irgendeinem Wasserfall, ist das eine gute Idee? Okay, ja, das sieht im Trailer toll aus, das, irgendwie kriegen wir es hin, irgendwie kriegen wir es hin, das ist so der Gedankengang dahinter, also das ist, ja, wahnsinnig dummes Drehbuch, äh, und tolle Action. Ne, sorry, du hast es so geil trocken gesagt, ja, wahnsinnig dummes Drehbuch. Ja, es ist, ja, es ist super, ich liebe das, wie du das beschreibst, es ist großartig. Ja, was erwartet man von so einem Film, ne? Also, es ist schon, ich glaube, man bekommt schon auch das, was man erwartet da, hast du noch was gesehen? Ja, ich habe auch noch was gesehen, ähm, zwei Filme halt noch, einmal Willkommen im Wunderpark, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. diese Animationsfilme. Hat es genau, Animationsfilm, ja, der ist ganz nett, aber wirklich auch mehr für, als Sonntagnachmittags Fernsehfilm ist es für mich halt auch nicht. Es geht um ein junges Mädchen und die erfährt, dass ihre Mutter schwer krank ist und sie hat immer mit ihrer Mutter, einen Abenteuerpark, Paradies im Geiste erschaffen, sozusagen. Die haben sich halt immer nachmittags zusammen hingesetzt und an diesem Freizeitpark gearbeitet, Wunderpark hieß der eben. Und da haben die verschiedene Karussells erfunden und irgendwelche Figürchen, also die haben ein riesen imaginäres Spielfeld quasi aufgebaut zusammen. Ja, und als die Mutter dann quasi weggehen muss und das Kind mit dem Vater alleine ist, kommen dann natürlich viele Fragen auf, so kommt meine Mama überhaupt jemals wieder? Was passiert, wenn sie nicht mehr da ist? Und ich bin jetzt diejenige, die sich um den Papa kümmern muss. Also dieses Emotionale fand ich halt super toll an dem Film. Auch denke ich, dass es bestimmt sehr viele junge Kinder gibt, die sich damit identifizieren können, die halt vielleicht nur noch einen Elternteil haben oder die merken, dass es den Eltern nicht gut geht. Und wie man damit halt umgeht, ist total toll im Film dargestellt. Das war das, was mich am meisten begeistert hat. Dieser Wunderpark und diese Figuren sind, na ja. Also Kinder finden es bestimmt wahnsinnig lustig, aber so als Elternteil oder als erwachsenerer Mensch ist es eher ganz nett, aber echt nichts Wildes. Also ich fand es zwischendurch halt ein bisschen zäh und ein bisschen langweilig, aber der ist halt schön bunt und das macht Spaß, dass das alles so ein bisschen verrückt ist und die Protagonistin ist so quick lebendig, muss aber gleichzeitig halt mit diesen schlimmen Depressionen kämpfen und die ist halt noch ein ganz, also ein junges Mädchen und das war echt toll gemacht. Ja. Und dann hast du noch einen Film gesehen? Ganz genau. Ich habe mir das Beste zum Schluss aufgehoben. Ich habe nämlich endlich Meisterdetektiv Pikachu gesehen und oh mein Gott, das ist der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Was? Was für ein Film bitte? Ich habe nichts verstanden. Sorry, ich war so aufgeregt. Ich habe Meisterdetektiv Pikachu gesehen und ich fand den so... Gleich kotzt sie wieder. Geil, ich drehe durch. Okay. Ich fand den einfach so Hammer. Ich muss immer noch lochen, weil der so gut war in meinen Augen. Also ich bin halt, man muss halt auch sagen, ich war als Kind mega Pokémon-Fan. Also mega Pokémon-Fan. Ich bin mit meiner Mama und meinem Bruder zu Pokémon-Events gefahren und ich hatte alles an Merch, was man von Pokémon haben konnte. Ich habe diese Karten getauscht. Ich hatte alle Spiele tausendmal durch und habe mir tatsächlich auch nur eine Nintendo Switch gekauft. Wegen Pokémon. Ja, natürlich auch, um andere Spiele jetzt zu spielen, aber hauptsächlich halt wegen Pokémon. Und deswegen habe ich mich mega auf den Film gefreut, weil ich auch schon dachte so, okay, wenn Ryan Reynolds Pikachu spricht, dann muss es irgendwie mega geil sein. Und ich hatte schon auch so den Eindruck, dass der Film sich nicht selber so ernst nimmt. Das fand ich halt mega geil. Das ist nicht so, ey, komm, wir machen jetzt einen mega geilen Pokémon-Film, sondern, ey, komm, wir machen einen Pokémon-Film und wir machen den lustig und der soll auch absurd sein und manchmal sollen so Stellen da sein, wo du denkst, ernsthaft, das machen die jetzt wirklich? Und genau so war es halt einfach. Es geht in der Story um, ich glaube, das hattest du ja auch schon alles so grob zusammengebracht, um einen jungen Mann und der Vater verschwindet und dann trifft er Pikachu und Pikachu kann mit ihm reden und Pikachu wird sonst von niemandem gehört und dann tun die beiden sich zusammen, um so ein bisschen aufzuklären, was ist mit dem Vater passiert. Und dann gibt es dann noch so eine Side-Story, das auch ein kleines Verbrechen ist und das klären sie auf. Und es ist alles so niedlich. Ich bin gestorben im Kino. Ja, ich bin mega begeistert. Ich fand den halt wirklich richtig, richtig gut. Ja, du bist ja, ich meine, du bist ja auch einfach Fan und vorher schon gewesen und ich nicht. Ja. Also ich fand, du hattest ja auch gesagt, dass die Twists jetzt nicht so wahnsinnig überraschend sind. Also ich fand, wenn man so im Film drin war und nicht weiter drüber nachgedacht hat, dann hat man es auch nicht so richtig gemerkt. Und als die Twists dann kamen, dachte ich so, oh, das ist ja cool. Oh, voll schön. Weil ich habe das halt nicht so kommen sehen. Ich habe mich wirklich, ich habe so Kopf aus und einfach nur geguckt. Ja. Er ist, oh mein Gott, Pikachu ist so süß. Ich so, oh Gott, ich kann es nicht mehr. Es ist so süß. Ich habe danach so ein Video gesehen von Pikachu, der es getanzt hat. Und, also auch dieses animierte Pikachu aus Meisterdetektiv Pikachu. Ja. Und ich habe richtig schlimm geheult, weil ich das so süß fand. Also ich bin komplett emotional durchgedreht. Das ist, boah. Oh Gott, oh Gott. Ja. Also es war schon echt heftig. Also es ist schon echt krass. Ich fand den Film unfassbar gut. also Meisterdetektiv Pikachu gehört für mich in diese Riege von Battle Angel Alita, Endgame und der Junge muss an die frische Luft. Also es ist meiner Meinung nach einer der besten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe bisher. Okay. Ja, da würdest du jetzt nicht mitgehen. Ja. Ja. Nee, ich habe noch, ich habe noch einen Serientipp. Und zwar auf Netflix, die, ich glaube, dritte deutsche Netflix-Serie. How to sell drugs online fast. Oh yes, die habe ich auch gesehen. Sehr gut. Die fand ich, genau, also müssen wir gar nicht so lange drüber reden, nur als kleiner Serientipp, wenn man nicht weiß, was man gucken soll. Es sind auch nur sechs Folgen, also insgesamt so drei Stunden oder so, die man damit verbringen kann. Und es, genau, geht um einen Jungen, der um seine, dann doch mittlerweile auf einmal Ex-Freundin wiederzubekommen, einen Drogenhandel im Internet eröffnet. In der Konsequenz letztendlich. Sehr verknappt gesagt jetzt auch. Ja, und das ist von der BTF, also der Bild- und Tonfabrik in Köln produziert, die auch unter anderem, ja, das Neo-Magazin Royal machen, das wohl das bekannteste. Und ansonsten, wie die, das Kräumann, diese Sketch-Show, und das ist jetzt so das erste Mal, dass sie was Erzählendes machen. Und, äh, das ist wahnsinnig witzig. Und, äh, mit tollen Schauspielern, unter anderem, Jane Medel, in der Superrolle. Und, äh, da haben Jan Hardung, den man aus Club der Roten Bänder kennt. Ja. Ja, und insgesamt kann man sich das echt super angucken. Der, der hat visuell ganz, ganz tolle Ideen. Ist auch schnell geguckt vor allem, ne? Ja. Also, wir hatten das mit der WG geguckt, und wir haben zwei Sitzungen gehabt, und waren dann durch quasi. Zwei Sitzungen klingt auch, schön nach Arbeit. Ja. Ja, aber, ja, nee, genau, ich habe auch, glaube ich, an zwei Tagen das, das durchgeguckt, und fand es sehr, sehr unterhaltsam. Und ich finde auch gerade die letzte Folge, ich finde meine letzte Folgen, so ganz schwierig, weil man ja auch irgendwie was abschließen muss, aber trotzdem so auf eine zweite Staffel anteasern muss. Und das kriegt die, die kriegt die letzte Folge so super hin, und da gibt es dann ein paar Cameos. Und gerade wenn man so, so ein bisschen sich auskennt, so ein BTF-Kosmos, dann entdeckt man da viele, viele Kleinigkeiten. Das ist das Geilste meiner Meinung nach. Also, ich fand die Serie schon ganz gut, ich finde, zwischendurch ist es Schauspiel manchmal echt so, wo du denkst, boah, voll gut, und boah, Alter, ist das schlecht. Echt? Ich fand's immer top. Finde ich schon. Also, bis auf den Hauptdarsteller, den fand ich konsequent grandios. Ah, stimmt, ich mag den besten Freund vom Hauptdarsteller, manchmal nicht so. Genau, also da dachte ich manchmal so, boah, oder halt die Freunde so, das war nicht immer so sauber, aber das stört halt auch überhaupt nicht. Weil das, was ich halt die ganze Zeit dachte, ist so, oh, wann kommt noch eine Referenz? Darauf habe ich mich halt mega gefreut, und ich war natürlich super happy, dass Olli Schulz auch mitgespielt hat. Ja, Florentin will auch. Genau, Florentin will und so, das ist total schön gemacht. Also, wenn man irgendwie sowieso die Böhmermann-Sachen gerne guckt, dann wird man das lieben. Wenn man's halt, wenn man da sehr distanziert ist, dann wird man die Sendung wahrscheinlich auch nicht so mega mögen, haben sie es trotzdem gut. Ja, und es gibt eine Scheide. Genau. So, das ist ein gutes Schlusswort eigentlich, oder? Ja, total, das lassen wir so stehen, oder? Ey, ist das unser Folgenname? Wir haben noch keinen. Gehen wir jetzt in Richtung Clickbait? Ja. Wird das bei YouTube gesperrt? Das sind eigentlich Fragen, die es nur spannender machen. ganz genau. Wir werden es erfahren. wer weiß, vielleicht sitzen wir beim nächsten Litcast ja auch schon im Knast und es wird nie wieder einen Litcast geben. Dam, dam, dam. Das kann sein. Ja, aber vorher, bevor wir im Knast sind, bedanken wir uns noch bei Thalia. Die können uns dann freikaufen oder so. Das, die Kaution bezahlen, das wäre doch toll. Ganz genau. Wir hören uns dann pünktlich in zwei Wochen, wie immer. Ganz genau. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.